Hallo, dies ist das erste Video in einer Serie. Ich möchte hier meinen deutschen Akzent aufnehmen und verbessern. Ich bin Amerikaner, offensichtlich. So, ich lese. Ist sehr kurz. Der Tetris-Effekt. Der Tetris-Effekt, auch Tetris-Syndrom genannt, tritt auf, wenn Personen so viel Zeit in einer Aktivität stecken, dass dieser anfängt, deren Denken, bildliche Vorstellungen und Träume zu gestalten. Er ist nach dem Videospiel Tetris benannt. Personen, die Tetris für lange Zeit spielen, denken zum Teil darüber nach, wie verschiedene Formen in der realen Welt zusammenpassen könnten, wie zum Beispiel Schachteln im Supermarktregal oder Gebäude in einer Straße. Personen träumen beim Einschlafen vielleicht auch von vollenden Tetrominos oder sehen solche in ihrem Augenwinkel oder wenn sie ihre Augen schließen. In diesem Sinne ist der Tetris-Effekt eine Form der Hypnologie. Und das ist alles, was ich will. Danke. Nicht schließen Sie! Vielen Dank.